Herzlich Willkommen im Modehaus Gosewehr. Hier in Labelslo. Vor drei Jahren hatten wir unseren großen Umbau und haben viel umgestellt und das ist daraus geworden. Also wir setzen nach wie vor auf den lokalen Einkauf und haben mit unserem Sortiment uns entsprechend auch hier angepasst. Ja, wir sind ein Familienbetrieb jetzt im vierten und auch schon in der fünften Generation. Und schon mein Uropa und mein Opa, die haben viel mit Betten gehandelt und auch gefertigt. Und das ist jetzt daraus immer noch zu erkennen, dass wir ein relativ großes Heimtech-Sortiment haben. Und seit den 90er Jahren sind wir bekannt für die Kunstgewerbe- und Handarbeitsausstellung. Ja, wir setzen hier viel auf Aktionen und haben zum Beispiel jeden ersten Samstag im Monat, wenn keine Corona-Zeit ist, immer meistens irgendwelche Verwöhntage, sei es Plätzchentage oder Kürbisfest oder Kartoffeltage. Und trotzdem gibt es natürlich auch Aktionen wie Mondschauen, die jede Saison stattfinden. Ja, die Weihnachtszeit, die stellt uns alle jetzt vor besondere Herausforderungen. Und trotzdem hat es unser Team geschafft, unsere Mitarbeiter aus dem Haus hier mit viel Liebe und Herz, die Sachen so zu dekorieren, dass es entsprechend weihnachtlich und ein Fest für die Sinne geworden ist. Bis zum nächsten Mal.